Wir haben ihn getroffen! Er fiel in die Wurzeln! Sind Sie sicher? Ja, ich bin. Ich versteh's nicht so ganz, was wir hier eigentlich machen, außer Bomben durch die Gegend werfen. Total sinnlos. Pilze! Pilze! Ich bin ja voll Anti-Pilz. Ich mag das ja nicht, wenn... Ja, das vergneife ich mir jetzt einfach mal. Ich glaub, ich kann's mir denken. Ich wollte nicht durch die Tür, das hab ich nicht gesehen. Dass man auch nicht mal hingeht oder so, um den Schalter zu drücken. Ja genau, und jetzt geh ich hier durch. Wir sind schon faul, ey. Das ist schlimm. Hm, da sind Schalter. Wir werfen Bomben auf ihn. Ja, Mann. Ich wollte die ganze Zeit nichts anderes außer... Aua. Nichts gegen das eine Bombe nicht hilft. Außer vielleicht Himmoliden oder so. Ein Apfel, der ist gesund. Weg. Ja, renn doch, renn doch. Was machst du, wenn du ein Apfel entgegenrollst? Ich werf ne Bombe. Da sind ja mehr Bomben... Da waren mehr Bombenwerfer. Ja, die laufen auf Äpfeln um. Weil wir ihre Bomben geklaut haben. Bombe. Wer will schon die Sachen da oben haben? Wir haben Bombe. Ja, Mann. Das ist einfach das Coolste überhaupt. Na, die kenn ich doch auch. Aber die kommen, glaub ich, auch nicht sonderlich weit. Nein. Bombe sie weg. So. Gut. Ähm. Das macht mir grad übel Spaß, auch wenn ich eigentlich n' Dauern 4 auf Y hau. Ja, genau. Ich mach ja auch nichts anderes als wenn wir Bomben durch die Gegend rennen und werfen. Äh. Innen der Luft. Das ist ein echtes... vor das Gangster-Patty hier. Schlapp. Bonnie und Clyde. Alles wegsprengt. Ja, ja. Komm, hol dir was. Die Hintergrundmusik ist auch extrem geil. Das ist der Hammer hier grade. Passt du super. Ich hab schon lange nicht mehr so gut amüsiert. Und das ist auch, wo ich nicht mal betrunken bin. Du weißt, du kannst ohne Alkohol glücklich sein. Aber nein! Äh. Verdammt. Sie wissen, was wir Bomben werfen. Ich bin gleich tot, Mann. Na ja, komm. Übertreib's mal nicht. Okay, wenn du so weitermachst schon. Nein! Verständlich, ich kann nicht mit der Bombe da anfliegen. Was? Frech. Ich bin kein guter Flugzeugbomber. Nein, Moment. Schlecht. Aua, 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 aua. Ich bin fliegen, ich bin fliegen. Du willst deinen Kopf anstoßen, bis du nicht mehr kannst. Ich will hier vorsichtig sein mit dem Bomben. Ich wollte eigentlich für die Gegner treffen. Ich will gerne mal ne Mega-Mata haben. Die ist bestimmt hier. Ach, ja, natürlich. Wir hätten da gar nicht lang gemusst. Ja, wenn man das gewusst hätte, natürlich. Wir hätten das gewusst. Ich lass dich mal vorgehen. Ich komm ja auch grad so durch. Ist der Typ fett. Sag mal, wie genau fliege ich eigentlich, indem ich pupse oder was? Ja klar. Sieht ein bisschen so aus. Wenn ich hier irgendwie die andere Richtung gemusst. Nö. Also links ging's nicht über. Das ist der Klauer. Der Klauer Arsch. Der. Nein. Nein. Ich brauch dich wieder. Hier komm ja. Und so endete das Bombenpiktakel. Schade. Es hat echt Spaß gemacht. Ja. Den will ich. Weil das war ne Bombenstimmung hier. Klick. Oh. Yeah. Homo-Action. Aua. Bombe? Aus. So. Ähm. Bestimmt falsch. Kanone. Nein. Nein. Ja. Vielleicht geht's dir ja... Nein. Oh. Ich dachte gerade. Ähm. Hi. Achso. Du bist ja eh so ein Bombe. Also kannst du das hier rechts jetzt anzünden. Los. Zünd an. Falt. Ja. Hä? Doch nicht. Dann weg mit der Fähigkeit. Bam. So. Äh. Jetzt brauchen wir dann Feierheini hier. Mit der coolen Frisur. Oder brennt er einfach nur? Erst vom Goku. Uh. Der Blick fand ich. Oh. Oh. Gleich kommt mal. Schau mal, Alter. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ach verdammt. Verdammt. Oh. Den kenn ich doch. Äh. Und nun? Hallo. Dürfen wir mal Bomben werfen? Äh. Ach. Wir sind doch mit dem jetzt befreundet. Und er wird wieder abgeschossen. Das ist hier äh. Deine Appel, ey. Gewesen. Wieso zwei falsche Miergei? Wir schrauben Dino Blade. Oh nein. Schau. Kirby erreicht die Welt. Bleib ruhig. Let's come up with a plan. Oh. Es ist sicher. Es ist Kirby. Was ist keiner Plan? Ich hab auch einen Plan. Ich dachte irgendwie ziemlich mies. Ja, du hast Bomben. Mein Plan. Die Bombe. Du hast mich nicht rein, ne? Oder rein halt selbst. Moment. Mist. Ich brauch nur ihn. Was machst du? Tadadadaaaaa. Und weiter geht's. Wo bin ich denn? Warte. Nein. Ich bin so gut tot. Nein. Der ist... Hey. Arsch. Ich steh nur hier unten da. Du stirbst. Flieg, flieg, flieg. Nein, ihr könnt ja gar nicht sterben. Da unten geht's lang, oder? Nein, noch nicht. Ah. Aha. Sau cool. Aha. Nee. Das ist schlecht. Das ist hier ganz schlecht. Das ist hier ganz schlecht. Nein! Das ist... Boah! Das ist komisch. Ich konnte ja nichts machen. Das Spiel ist unfair. Nicht für Kinder gedacht. Ach, dich gibt's noch. Ja, man. Oh. Sorry. Ich werd kein Stein. Was war das? Da oben ist noch so'n... Gliedpunkt gewesen. Ach so. Ja, du wirst kein Stein. Willst du einer werden? Ne. Dam, 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 dam. Ja, das war sehr clever. Lass mal drauf. Da 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 da. Da 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 da... Mal abgewöhnen, dass ich... Angewöhnen, dass ich nicht fliegen kann, wenn ich so ne dofe Bombe in der Hand hab. Und rein. Aber ich kapier's nicht. Du gehst durch ne Tür und bist immer noch draußen. Das macht doch keinen Sinn. Ist halt auf der anderen Seite dann draußen. Dazwischen ist nix. Kirby gotcha! Navigate Taster. Power. Geiler Reim. Feint! Wir stehen da so gegenüber und werfen Bomben. Uh, das war jetzt hart. Wir haben ziemlich große Power und so ne. Aber hallo ey. Du hast Angst bekommen. Uh, es geht weiter. Achtung da oben da oben da oben da oben. Der hat auch ne Bombe. Ist grad voll das Höllenspektakel hier. Ja man die sind so gut. Natürlich. Die geht jetzt bestimmt nach außen. Ach scheiße. Kirby's gonna reach the deck. Direct him to the front of the twin cannon. Aua. Ja klar. Lock ihn genau davon. Ist das auch grade? Ich fahr dann hoch. Nein. Äh. Nein. Das ist von selbst gefahren. Ich will hoch, verdammt. Na super. Du bist relativ tot. Sag mal. Lenkst du irgendwie nach unten zu fähig? Ach am Arsch mach ich irgendwas. Ich komm. Ja. So. Hochfahren. Nach... Ach so. Ich rette dich. Friss. Ich sagte friss. Wie denn? Da halt nicht. Da halt bis ich tot bin. Da halt bis ich tot bin. Sehr dramatisch. Was soll ich betreiben? Ja ich bin voll geplatzt ne. Mit so'n süßen Platzgeräusch. Mach mal kaputt. Nein. Ich hab nicht geguckt. Wär jetzt geil gewesen, wenn du reingefallen wär. Wär jetzt geil gewesen, wenn du reingefallen wär.